Hallo Leute, hier ist wieder ein neues Video von Jackie Jones und meiner besten Freundin. Hi! Ja, sie wird bald auch auf YouTube kommen. Ja. Und heute war ein super super duper toller Tag. Ja. Das war der beste Tag seit zwei Jahren oder so. Ja, wirklich. Und ja, ich habe Schnupfen, deswegen wundert euch nicht. Ähm, ja. Die musst du heute schon ganz oft lesen. Ja. Und ähm, ich habe drei neue Apples bekommen und danach haben wir halt Waffeln gegessen. Mhm. Und die haben so lecker geschmeckt. Wir haben uns eine geteilt, weil die so viel war. Das war einmal Schokoschicht und dann einmal Smarty-Schicht ganz fest. Das war so viel. Aber es war so richtig lecker. Mhm. Lecker. Das war so richtig lecker. Ähm, ja. So. Das war das leckerste, was ich... Das zweitleckerste, was ich gegessen habe. Ja. Ähm, ja. Und jetzt zeige ich euch die New Specials, die ich bekommen habe. Ähm, das erste, darüber habe ich mich auch sehr gefragt. Ich zeige euch erst mal die Marke. Weil es gibt jetzt, also das habe ich in einem Geschäft gesehen. Ähm, es gibt jetzt, ähm, wieder die alten. Die haben die wieder produziert. Ja. Es gibt sogar die horrible App. Es ist jetzt alles mit Wackelkopf. Ja, mit Wackelkopf. Ja, und ich habe mich sowas von riesig gefreut. Ja, und ich zeige euch jetzt mal die erste Marke halt von der App. Und ich finde die Marke eigentlich gar nicht so schlimm, aber es geht. Die Sticker sind zwar auch cooler, aber... Ja. Naja, wie auch immer. Also, ich zeige es euch jetzt mal. Da, 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 süße, süße Hund. Super süß. Super, super, super süß. So, sweet. Ja. So, 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 sweet. Ja. So, der hat, ähm, so ein EPS-Zeichen. Wie fast jedes EPS. Früher hatten die ja Magneten und so. Ja, so eine... Ja. Hoffentlich spreche ich nicht zu leise. Ja. Ja. So. Jetzt kommt das nächste. Ja. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Tada. Tada. Oh, das Licht fällt drauf. Toll, ne? Ja. Sehr interessant. Ja, das ist voll süß. Ja, das ist voll süß. Das ist jetzt schon meine zweite, diese Art. Also. Ähm. Die an... Ja, das ist... Die ist so gut so hier. Okay. Und ich habe die andere. Sieht so aus. Tada. Die sind beide süß. Die letzte ist die süßes. Ich stelle hier mal auf. Ähm, ja. Die letzte. Darüber habe ich mich so mega gefreut. Ich war so happy. Happy, 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 happy. Happy. Und zwar ist es Trammelwirbel. Ja. Diese süße Katze. Ja. Ja. Ich finde die so süß. So süß. So süß. Das ist jetzt meine zweite mit diesem Ringelschwanz. Und ich habe mich so über die gefreut. Und die hat zwei Schnur. Die hat ja Schnurhaare. So süß. Und die hat ja so eine Kette. Hier. Drauf gedruckt. Aber nur. Und ich finde die richtig, richtig süß. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, das war schon wieder ein Video von mir und meiner... Ja. Und meine Freunde. Ähm... Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.